Liebe Geisterpiraten, seid uns ganz recht herzlich willkommen jetzt in einer neuen Folge von Let's Play Ghostbusters Avuju Island. Wir waren ja letztes Mal vor dem Tor stehen geblieben und ich hab da noch am Ende mit dem, aus dem, sagen wir mal, Augenwinkel gesehen, dass da irgendwie ein Bienenstock ist. Den gucken wir uns direkt mal an, liebe Leute. Eigentlich ist es eher ein Bienennest, kein Stock. Das sind wilde Honigbienen. Hey Jane, wusstest du, dass ich früher Bienenstöcke gebaut habe? Na ja, eigentlich eher wegen des Wachses als wegen des Honigs. Entschuldige, die glorreiche Hand hat mich eingeschläfert. Du bist hier nicht auf Avuju Island. He he, mit wem spricht er? Müsst ihr euch nicht bedecken, Jungs, alles gut, alles easy. Können da vielleicht ein bisschen Münze rein, oder? Die bewahre ich mir für jemand Besonderes auch. Okay, das heißt, er will dann der Tor, der wahrscheinlich dann, aber wie soll er die klar machen? Besser nicht. Toni hat letztes Jahr aus Versehen während eines Picknicks einen Bienenstock angefasst. Das gab eine wilde Jagd. Naja, ich mein, da sind ein paar Wächler, die vielleicht ein bisschen stören, was das Gummibaum. Die Kinder erzählen sich, dass dieser Baum sich nach unten biegt und dir deine Seele entreißt. Nach allem, was ich schon gesehen habe, fällt es mir nicht schwer, das zu glauben. Mir fällt es gar nicht schwer, dich das probieren zu lassen. Wenn Jane hier wäre, würde sie sich an diesem Gummibaum abstoßen und über die Mauer springen. Oh, eine gute Idee. Ich habe ein kleines bisschen mehr Ballast auf den Rippen als du. Naja, ist vielleicht ein bisschen anders verteilt oder so. Nee. Nun gut, Gummibaum will also nicht dran. Du musst ja alles absuchen. Ihr wisst ja, von wegen, ne? Hot-Spot-Taste tut das nicht, ne? Wir können mal gucken, aber... Nee, tut das nicht. So, hier, wunderschön aus. Ja, die müssen wir mal betrachten. Sieht trotzdem aus, die Magie. Wunderbar, hier wird bald alles rot sein, vor lauter Blut. Sieht aus, die Planda, ne? Wir erinnern, Sie haben Galbraisch, den dritten Teil. Da sah dann ähnlich aus, ne? So, gut, aber das ist, kann man da mal reinrufen? Hallo? Ich kann eben nicht mein Herz ausschütten. Ich bin ein Mann. Ja, und? Auch Männer schütten Herzen aus. So, hier, im Vordertor. Hochzeit. Das Vordertor der Gouverneurs. Naja, die haben uns ja gerade rausgekriegten Wächtern davor. Der Gouverneur will kein Gesindel in seinem Haus. Alter, wir sind doch kein Gesindel. Das Vordertor der Gouverneur. Ach, scheiße, scheiße, den wollte ich gar nicht klicken. Die zwei starken Wächtern. Mh, großes Mangel dieses Spiels. Der Gouverneur will kein Gesindel in seinem Haus. Man kann die Dialoge nicht abbrechen, so. Klappt sowieso nicht. Meine Mutter kocht für ihn. Sie braucht Backpulver. Sofort. Verzieh dich, Kuchenjunge. Hört das nicht gut? Backpulver, voll wichtig für eine Hochzeit. Für Hochzeitskuchen. Okay, ich sehe schon, da können wir nicht viel machen. Aber wir haben auch nichts im Moment. Gar nichts hier. Hey, es ist doch totale Kacke. Was? Statt. Okay, Gummibau. Mh, wunderschöne Aussicht. Sonst noch irgendwas hier. Irgendwas hier. Vordertor. Komm, wir mit reden. Stopp! 300 zusätzliche Gäste. Ich muss an den Herd. Ab, warte, frische Luft, Eisschneider. Ich muss an den Herd. So, können wir mit dem reden. Hallo, Bienen. Wie sehe ich denn aus, wenn ich anfange, mich damit zu unterhalten? Wie ein Idiot. Nein, ich fühle dummer als die Selbstgespräche, die du dauernd führst. Beziehungsweise für die führst du ja Selbstgespräche. Was für in unserer Zeit, würde alle denken, hat er telefoniert. Aber Moment, im Gummibaum kann man ja nichts mitmachen. Oh, eine gute Idee. Oh, ich habe ein kleines bisschen mehr Ballast auf den Rippen als du. Ja, ja, schon klar. So, wo ging es mal zur Stadt? Jetzt gibt es wieder einen wunderschönen schwarzen Bildschirm. So, dann gucken wir uns mal ganz... Okay, wir kommen dann. Knappe, okay, dann machen wir aber auch schon ein Tor. Rad am Kran. Was? Kanalisation. Ein stabiles Gitter, das in die Kanalisation führt. Das ist echt ein bisschen hart. Ohne Hotspot-Taste. Das geheime Untergrundgefängnis. Vielleicht ist es in der Kanalisation. Um dort durchzukommen, muss ich ein Geist sein. Ach, das macht er automatisch. Cool. Okay. Coole Arschbombe, Alter. Fluppdi, fluppdi, komm rein da. Perfekt. So, wenn jetzt einer für eine Dinge denkt, der gute Jelly ist tot, ne? Aber er ist ja nun ein Geist. Wir wissen das ja. Wir wissen mehr, liebe Leute. Oh, der Hund hat den Schlüssel. Okay, wer ist denn Etty hier? Gefangener Schmuggler. Gut, Mann. Er ist verrückt. Was? Irgendjemand glotzt mich an. Ha, ha, ha. Hallo. Der kann mich nicht hören. Doch, doch. Der kann nicht hören. Er ist als einziger, wo der rum ist. Ja, aber wenn er weiter so den Schädel gegen die Dinger übernimmt. Er ist voll mit Läusen. Läusen? Wir sind hier. Wir sind das hier. Oh, unglücklicher Hund. Ein Hund mit Holzbeinen. Er hat Metallpfeilen im Maul und eine Nachricht an seinem Halsband. Mal sehen, was für eine Nachricht in seinem Halsband steckt. In der Nachricht heißt es, Redback konnte den Schlüssel nicht finden, aber ich schicke dir Roy mit ein paar nützlichen Werkzeugen. Mit den Pfeilen kannst du entkommen. Dann können wir Swillbottom überfallen und das Geld aus dem Rumpfverkauf teilen. Komm her, du räudiger Köter. Redback ist schon längst tot. Es war ein Unfall. Das alte Mauerwerk ist einfach auf ihn drauf. Gib mir jetzt die Pfeilen. Er war dein Herrchen, weiß ich doch, du Köter. Aber er war mein bester Kumpel, dein alter Herr. Redback. Und jetzt drück das Werkzeug raus, du räudige Flohkiste. Ja, ich glaube, mit Beleidigung kommst du doch nicht weiter, Kollege. Roy, gib mir die Pfeilen. Bitte, bitte, bitte. Komm, kleiner Hund. Hundi, Hundi, Hundi. Er hat die Pfeilen ziemlich gut im Biss. Ich schaffe es nicht, sie ihm aus dem Maul zu klauen. Okay, dann Maulklauen vielleicht doch vielleicht ein bisschen Pfefferminzpulver. Die bewahre ich mir für jemand Besonderes auf. Wir haben ja nur eine Sache im Inventar, dann klauerst du dich an alles. So, wir können reden hier. Hündchen, mach Maul auf. Einmal A. Einmal A. Unglücklicher Schmuggler. Das ist Bill Gay Redback, der Schwarzhändler, der meinem Dad noch 30 Fässer rumschuldet. Sein Kopf steckt zwischen dem Mauerwerk fest. Keine Chance, den fasse ich nicht an. Denk nicht mal drüber nach. Alter, du bist ein Geist. Vergiss es, Blödsack. Wie, 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 Blödsack. Okay. Ich hebe ja schon diesen widerlichen, stinkenden, faulenden Körper hoch. Okay. Pass mal auf, da machen wir jetzt folgendes. Den Körper, können wir den hier mit dem Hund verändern? Mach das mal. Die Idee, die auf Anhieb geklappt hat. Ich bin ja sehr verwunderlich. Hundi, komm her. Hallo. Einmal die Pfeile, bitte. Hey, komm her. Genau, wir wollen die Pfeile und den Schlüssel und was weiß ich nicht alles. Der Hund hat echt vier Holzbeine. Genau so. Jetzt lass es fallen. Geh nach Hause. K-K-K-Cool. Ach nein, nicht schon wieder feiern. Heilige Mutter Gottes, er lebt. Nach all dem. Tut mir leid, Kumpel. Ich wollte dich nicht töten. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich dich nie wieder hintergehen. Ich nicht. Okay, du bist also ein kleiner Verräter. Okay, dann machen wir ganz kurz hier den Trick, den haben wir dann auf der anderen Insel schon. Das sind fast alles Pfeilen. Mit ihnen kann man Glas schneiden oder auch Schlösser öffnen. Den Rest kann ich mir denken. Bist du sicher? Können wir denn hier den, den bisschen hier damit verarschen? Du hast mich verraten. Mein untoter Redback hat ihn echt beeindruckt. Aber selbst wenn ich ihn überzeuge, dass sein Kumpel lebt, kann er ihm den Rum hinter Gittern schlecht zeigen. Aber wenn Redback beide befreien könnte? Redback? Wie Redback? Verstehe ich nicht. Aber egal. Er ist voll mit Läusen. Kann man jetzt hier oder vielleicht hier ein bisschen Pfeile? Wenn er jetzt die Pfeilen bekommt, wird er einfach weglaufen. Stimmt. Warte mal, da war doch irgendwas mit Gitterstäben. Warte mal, nicht gegen die Gitterstäbe. Moment, nochmal hier. Pfeile. Da habe ich doch gerade Pfeile an Gitterstäben gesehen. Ach dann, da, Schmuggler. Hä? Ich habe doch gerade Pfeile an Gitterstäben irgendwo gelesen. Jungs, bin ich da. Da. Swillbottom sollte lieber dankbar sein, wenn sein untoter Kumpel Redback sie hier herausholt. Sonst muss ich ihn wohl ein wenig Vujoo spüren lassen. Hm, das dauert wohl eine Weile. Okay. Alter, immer auf mit dem Mock auf der Gegend zu hämmern. Das ist ja widerlich. Ich bin es. Der schwarze Bitsch. Kann weitergehen. Oh nein, was, was willst du? Ich schwöre bei der Ehre meiner Mutter. Ich, ich mache es wieder gut, dass ich dich umgebracht habe. Perfekt. Ich muss den Alkohol finden. Okay, was soll das denn jetzt heißen? Äh. Klicke mal das hier. Äh. Verstehe ich nicht. Oh, mach dir keine Sorgen, Kumpel. Niemand kann mir meinen Rum wegnehmen. Äh. Unseren Rum. Äh. Unseren Rum wegnehmen. Okay. Wo ist er? Wo ist er? Also gut. Ähm. Rum. Wo ist denn versteckt? Wo ist denn versteckt? So. Aha. Dann ist. Aha. Mal gucken, was jetzt passiert. Okay. Alter. Ey. Wo ist der rum? Ja, das ist, äh. Fast hab ich es, Kumpel. Okay. Okay. Vernehmen wir mal das Fragezeichen. Was ist das denn eigentlich? Steht doch nichts dabei. Hm. Hm. Ich magst es, Bart. Und? Was passiert jetzt? Wo ist das geserft? Sag it! Ei. Wo bleibt unser Rum? Ich hab unsere Bestellung schon vor einer Stunde bei dieser Landpomeranze aufgegeben. Äh. 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 Okay. Hm. Das sieht irgendwie nach Verstecken aus. Rumverstecken, ne? Okay. So. Und, äh. Rumgegeben. Was ist das hier? Hm. Die Ratten verlassen das Sinken im Schiff. Hm. Was sind die Kinder? Wo ist der Schatz? Ähm. Boah, da gibt es zwar ziemlich viele Kombinationen, ne? Das ist, äh. Ich kapier das nicht. Ich auch nicht. Sind wir schon mal zu zweit. Das trifft sich gut und, äh. Mal den ersten, den ersten, und den ersten. Hm. Okay. Das ergibt keinen Sinn, Kumpel. Ja, für mich irgendwie auch nicht. Aber jetzt, äh. Mal ehrlich, Alter. Sag mir einfach, wo die Scheiße ist und dann... Ah. Wir suchen den rum. Alter, hat das mich verraten? Und ich, äh. Will mir jetzt gerne im Tius entballern. Und? Alter. Hier, ein Ballern. Komm hier. Wo ist das Zeug? Sagt es mir. Kein blassen Schimmer, was du meinst. Komm ich denn da eigentlich irgendwie wieder raus? Ähm. Fragezeichen? Äh. Rum. Und, äh. 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 Hm. Äh. Wo bleibt unser Rum? Ich hab unsere Bestellung schon vor einer Stunde bei dieser Landpomeranze aufgegeben. Okay. Äh. Wo bleibt unser Rum? Was war die Frage? Okay. Äh. Wo bleibt unser Rum? Äh. 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 Wir suchen Rum. Ich will den haben. Und du hast den genommen. Muss ich jetzt echt auf das achten, was der macht? Okay, da packt er sich an den Kopf. Fast hab ich es, Kumpel. Fast reicht aber nicht. Scheiße. Liebe Leute, ob wir das lösen werden, das ganze Spielchen, das werden wir in der nächsten Folge erleben. Ich sage erstmal, vielen, vielen Dank für's Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an der Sache. Und ja, ich bleibe wie gehabt, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Liebe Leute, haltet euch verkannt. Ja, ciao, 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 sagt euer Spielkind. Äh. 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 1860 Untertitelung. BR 2018